Und in Innsbruck waren gestern wieder Weltklasse-Leichtathleten bei der Golden Roof Challenge zu Gast. Bereits traditionell ging die 13. Auflage des Bewerbs in der Innsbrucker Altstadt über die Bühne. Gesprungen wurde vor dem besonderen Ambiente des goldenen Dachels und dem wegen der starken Leistungen begeisterten Publikum. Untertitelung. BR 2018 Es geht nicht besser. Wir haben ein riesiges Wetterglück gehabt, ein kurzer Guss am Nachmittag. Der Abend war perfekt von den Bedingungen her. Traumhaftes Publikum, super motivierte Athleten. Eine runde Geschichte, mehr kann ich nicht sagen. Für den sportlichen Höhepunkt der Golden Roof Challenge sorgen die Weitspringer. Der deutsche Markus Rehm ist vierfacher Paralympics-Champion. Der beste körperbehinderte Weitspringer der Welt segelt in Innsbruck auf 8,13 Meter und wiederholt damit seinen Vorjahressieg. Ja, die Kulisse ist großartig. Also ich springe jedes Jahr immer gerne hier. War wirklich Spaß. Und ganz nah an den Leuten und die wirklich mitgehen, richtig auch Stimmung machen, anfeuern. Das ist ganz, ganz toll. Und ja, der Wettkampf war gut für mich. Ich konnte heute wieder gewinnen. Und 8,13 Meter ist für den Saison-Einstieg wirklich eine tolle Weite. Auch der zweitplatzierte Tscheche Radek Juszka schafft auf den Zentimeter genau die magische 8-Meter-Marke. Denn Damenweitsprung entscheidet die große Favoritin, die Russin Darja Klischina für sich. Das Leichtathletik-Model springt bei ihrem Golden Roof-Debüt auf 6,46 Meter. Es ist wirklich einzigartig. Es ist kein Stadion. Es sind nur Weit- und Stabhochspringer dabei. Es ist wirklich toll. Ich mag und genieße diese Art von Wettkampf. Auch die Kärntnerin Sarah Lacker genießt den Wettkampf. Die unter 19 Weltmeisterin im Meerkampf springt als dritte aufs Siegespodest. Ich bin 6,13 Meter gesprungen im dritten Versuch. Ich bin sehr zufrieden, weil für mich als Meerkämpferin ist es gut, wenn ich es unter den ersten drei habe. Ja, passt gut. Eine Überraschung gibt es im Stabhochsprung bewärbter Herrn, dem Briten Luke Katz, genügend 5,40 Meter zum Sieg. Es ist besser, als im Stadion zu springen. Die Zuseher sind so nah dabei. Die Atmosphäre ist viel dichter. Einen tschechischen Sieg gibt es im Stabhochsprung der Frauen. Amalie Swabikova darf sich über übersprungene 4,25 Meter und den Sieg bei der Golden Roof Challenge freuen.